So, ich hab's jetzt. Ach, und wenn man auf den Schalter geht, kann man sagen, stell dich auf den Schalter. Ah, okay. Wo? Lass mich so lange zurück, bis ich, äh, ähm, dings bin, ähm, im Portal, dings bin. Nö, ich bin, nö, das ist alles gut. Ich sag, da haben wir sie schon. Ich will ja raus. Je, ja, funktioniert. Ich bin sehr eindruckend. Ich bin da. Was? Mensch, nur zur Klarheit. Ich fragte Blue gerade, ob ihr dir vertraut. Ich vertraue dir. Du bist mein Lieblingstestsubjekt. Aha. Das hab ich nie gesagt. Aber was für Teste. Ich mein, auf was wird man da getestet oder was testet man da eigentlich? Hab ich mich auch schon gefragt. Das versteht heute nicht. Das ist mir an Blue noch gar nicht aufgefallen. Blue, möchtest du etwas sagen? Okay, offensichtlich. Die ist geil, die Geste. Einfach nur lang, warte mal. Was fand ich? Funktioniert das jetzt eigentlich, wenn dich jetzt mich jeder vorstellt? Ja, das geht sogar. Cool, okay. Das ist ja geil. Okay, wohin jetzt? Äh, da oben. Das ist eine Totalgeste. Ja. Und jetzt? Ach, voll schön gut. Ich darf da nicht durch, sonst ist sie weg. Dann geh ich. Jetzt gehen sie weg. Ne, warum sollen sie weggehen? Ähm, ja, den Trailer war... WTF, warum ist das so ein Stampfer? Hilfe, da ist ein Stampfer. Der tötet mich jetzt. Batz. Eindeutig. Ja, der geht da runter, wenn du da bist. Genau. Oh man. Transportschächte. Null von sechs. Ähm, warum der Charakter Kilometer tief runterfallen kann, ohne Schaden zu nehmen oder, ja, einfach, ohne zu sterben. Da gibt es so einen Trailer, wo gezeigt wird, dass das die komischen Schuhe sind, die die anhatten. Frau, wie heißt die Widerstuhl, glaube ich, das ist eine Ahnung. CH, ELL, Walter, in der wirkliche Stadt. Auf der Seite ist bestimmt ein Portal, welcher der Arten hat. Also da, äh, da, da hinten. Warte, 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 ich will nachschauen, ich will nachschauen. Ja, ich guck mal mit. Ich will runterfallen. Ich kann dir so viel sagen, ja, da ist eine. Dann ist ja gut. Okay, pass auf, ich mach das ganz easy. Ich guck dir zu, ja? Und mir ist gerade eingefallen, dass ich es gar nicht ganz easy machen kann. Doch, kann ich eigentlich, kann ich nicht. Nö, kannst du nicht, ey. Doch, mach da einen Portal, den mach da einen Portal. Ich kann da. Oder das. Und da. Oder so, ja. Ich will aber auch, nein, will damit. Nö, du musst da bleiben. So. Ähm, ja, das liegt an den komischen Schuhen und die Schuhe sind nur zum Schutz vor der Portalkanone da. Und nicht zum Menschen. Also irgendwie ist das Ganze spielen bisschen komisch. Oder die ganze Welt, wo man da ist. Mensch ist nicht mehr als ein Testsubjekt. Auch lustig, nein. Ach. Was ein Wunder. Was hat Orange? Wirklich? Danke, mir das zu sagen, war sicher nicht leicht. Oh, doch, 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 es war gar kein Problem, glaube ich. Also, ja, du bist. Und jetzt, wie wir hier raus sind. Hast du jetzt den Dialog mitgelesen? Doch, aber ich hab nicht gelesen, was du gesagt hast. Warte, ich zieh, ich zieh dich mal weg. Nein! Da ist ne Schutzwand, ich glaub's nicht. Wie krieg ich dich denn jetzt daher? Warte mal, warte mal. Mach mal andersrum, mach's mal andersrum jetzt. Dann funktioniert's. Oh. Richtig. So, und jetzt mach ich da. Warte, was für ein Pötal ist denn das? Okay. So, und jetzt, genau. Das funktioniert, nein, ich will hoch. Nein, ich will hoch. So, gut. Ah, der war mies. Der war richtig mies. Was war das jetzt? Das war der Stampf. Freunden an Stampf. Und sein lieber Freund, der Stamper war da. Nein, nein, Stamper, bitte. Der war da oben drüber, da. Oh, nee. Ach, da hab ich... Hab ich die falsche benutzt? Äh, ich wollte doch da hin. Du kannst wieder... Nicht da lang, da lang wollte ich. Mann. So, jetzt ist aber kein Stamm von mir da, oder? Bitte. Nein, ich will dich gar nicht. Ich hab' ganz vergessen, dass man Portale überschreiben kann. Mann, ey. So, ich bin so... Oh, Gott, ey. Wohin, dahin? Du kannst wieder nach oben machen. Das ist doch mal... Du kannst wieder... Andersrum, bitte. Danke. Oh, scheiße. Du schießt auf mir, ich schieß zurück und... Das ist so eine hässliche Kamera. Verpiss dich. Hör ab! Wie willst du, was hatten die überhaupt? Orange, fühlst du dich von Blue betrogen? Wenn er mir diese furchtbaren Dinge über dich erzählt... Ja? Hätte Blue das über mich gesagt, würde er nie die nächste Remontagestation erreichen. Geh zurück. Geh zurück. Ich habe Brücke gebaut. Ich bin da rein. So. Im Ladebildschirm hab' ich immer über 60. Ist irgendwie blöd. Ich hab' doch 120 jetzt gerade oder so. Nein, ich wollte doch nochmal nach der Festplatte schauen. Jetzt ist mein... Mein Mauszeiger wieder im Spiel. Ich auch. Was? Da. Mag' ich nicht. Wow! Aua! Aua! Easy. Das sind ja auch nur Maschinen, du. Und jetzt ist der Affe. Oh, bin ich draufgefallen. Ähm. So, jetzt muss ich hier erstmal gucken, was hier schon los ist. Da muss ich hin. Wieder versploppen. Wir müssen der blöde Computer jetzt. Öffnen. 205. Weet. Passt alles. All this easy. Hm. Mist. Ich habe die blaue Portal-Kanone. Ich hab' die rot-gelbe. Voll. Rot-gelb. Rot und gelb. So, jetzt was steh' ich. Nee, ich will nicht hier drüben sein. Ich will wieder zurück. Ja! Nein! Hä? Wie, wie jetzt? Achso, warte. Warte. Nee, da komm' ich nicht hin. Das geht nicht. Fühl da drüben zu dem Schalter. Darfst du. Okay. Jetzt ist da oben das Cut-Up. Ja, dann bleib mal da stehen, bitte. Da kommen mein Portal-Sitz. Boah, hier ist der Ausgang. Was? Da ist der Ausgang. Wie komm' ich jetzt dahin? Warte. Ja, wo ist hier jetzt so'n... Hä, wie soll denn das gehen? Bitte. Hä? Wie steh' ich jetzt? Ja, wie komm' ich jetzt überhaupt hier raus? Okay. Du hast mich getötet, was? Nee. Nee. Find' doch gar nicht. Aber hier gibt's doch kein... ...Cube oder so, oder? Ja, weiß ich auch, dass ich da hin muss. Halt! Bitte. Und jetzt? Ja, ich steh' hier oben und ich kann dir jetzt das Portal da oben hinsetzen. Ich hab' jetzt, glaub' ich, ne Idee. Dann wärst du hier drin, könntest du da draußen deine Portale machen. Aber das tut dann auch nichts. Ähm. Genau, jetzt doch. Doch, doch, komm. Kannst du jetzt doch hochfliegen? Geh' mal in den Strahl rein. Und dann mal hier her. Und dann stell' du dich mal hier drauf. Deine Portale bleiben ja da, gell? Äh, die bleiben. Hallo, bleibst du jetzt mal gedrückt und du mal schaltern? Nein, das geht aber auch nicht, weil ich nicht auf den Schalter kann, weil du ja da... Ach, Mann. Verzwickt. Was ist, wenn man zum Schalter kommt, das ist mir ja jetzt bereits. Hä? Ach, nix. Kannst du da durchschießen? Ja, ich stand hier. So. Also so. Ne. Auch nicht. So. Ne, warum kann ich da kein blaues, äh, rotes Vorteil auch machen? Ah, jetzt geht's gut. Also gut. Dann kann ich das da hinsetzen und du kannst da durch. Ja, ne. Irgendwie. Du musstest da, äh... Ah, anmachen, ja. Ja, und jetzt mach's andersrum. Genau. Ne, das hat man doch gerade eben auch schon. Ja, und du musst so drüber auf dem Schalter bleiben, pass auf. Ich kann das nicht leise machen. Ja, und jetzt? Hm. Gut, jetzt ist das hier freigegeben. Man kann da hin. Oder hin, sag ich. Dann fliege ich da durch, fliege hier hoch. Hm, hier ist der Ausgang. Nein. Schade. Schade. Ja, ja. Ist da oben noch irgendwas? Jetzt muss ich dir helfen. Ja, hier oben ist nur der Ausgang. Ja, mehr nicht. Das hätte ich weiß. Ich weiß nicht, wie ich dir jetzt hätte... Oh, nein, nein. Doch, geh mal da hinten. Äh... Ja, da weiter, geht man da logo ein bisschen. Guck mal, da ist. lotta da irgendwo in dieser Lok. Hier, du kannst da da, da kann ich das ja, da kann ich da da. Ja, 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 ja. Aber da kann ich mich nicht draufstellen. Das ist aber sinnlos, weil ich kann mich nicht draufstellen. Wenn ich dann Tenor hoch will, dann ... Ganz schön. Stimmt. Aber vielleicht geht die Lösung ja anders. Ja, aber vielleicht muss du dich ja auch gar nicht draufstellen. Städtlich ist so ein Punkt der Reihen der Dutzung der Gemuss auf die Plattform der drüben okay dann Prozent musst du wohl sterben denn es geht nicht darum wer als Letzter übrig ist warum es geht auch warte ich bin doch über die jetzt müsstest du normalerweise nach dem blauen Ding gehen und da war's doch zu Beginn befürchtete ich eine zu große Nähe zwischen euch doch in meinen Versuchen euch zu entzweien lernte ich etwas über Vertrauen und Verrat ach eure Gehirne sind zu winzig für diese Gefühle also kann ich euch vollstens vertrauen das ist ja gut mit meinem Haut das schon ich hab noch 700 GB das geht doch noch geht doch noch 700 ja ich hab nur noch 297 aber das müsste eigentlich reichen warum bin ich so leise keine Ahnung das ist der letzte Test der Standardstrecke extra für euch ich dachte ihr freut euch mal über eine kleine Herausforderung ach ne da sind schon wieder die Teile dabei was diese schießenden NIEIN 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 ich hasse es wo sind er da boah scheiße ich hab schon gedacht draußen geht ja Feueralarm oder so los ach ne nicht sowas